Ach Leute, lieben wir es nicht, wenn sich andere zum Affen machen, wenn sie uns ihre Power zeigen. Wir machen uns so gerne lustig über sie und verbreiten sie als Memes. Und dann wundern wir uns, wenn sich plötzlich herausstellt, dass diese verrückten Leute tatsächlich vielleicht nicht ganz so rational handeln, wie wir uns das wünschen würden. Die Rede ist natürlich von Jeremy Fragrance und warum genau er jetzt plötzlich Werbung für Rechtsextreme macht. Und ich habe die Antwort für euch. Irgendwas liegt in der Luft, oder? Ich habe das Gefühl, dass wir erst vor wenigen Tagen eine sehr ähnliche Geschichte hatten, oder? Ich hätte ja gesagt, man braucht nicht den besten Riecher, um zu begreifen, dass eine Partnerschaft mit Rechten problematisch sein könnte, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Aber wer weiß, wenn man denen so zuhört, dann hat das durchaus System. Die Leute trauen sich endlich mal dazu zu stehen, dass sie egoistische, geldgierige, unsoziale, äh ich meine Patrioten sind. Patrioten. Letztens hatte ich ja in meinem Müllermilch-Video angesprochen, dass der Molkerei-Mogul Thomas Müller Sympathien für die AfD-Spitze hegt. Und was das eigentlich mit dem Kulturkampf zu tun hat. Also nicht Milch per se, sondern was daraus gemacht wird. Joghurt, genau. Das hat ja auch Kulturen. Bin ich irgendwie Vater geworden, ohne es zu wissen? Solche Witze können doch nicht einfach aus einem Menschen unter 30 so rauskommen. Aber glaubt mir, das wird nicht der schlechteste Witz in diesem Video gewesen sein. Es scheint jetzt ein weiterer deutscher Unternehmer auf rechten Umwegen unterwegs zu sein. Jeremy Fragrance, der eigentlich Daniel Schütz, beziehungsweise gebürtig Daniel Sridzinski heißt. Den kennt eigentlich jeder. Und er kennt auch jeden. Ja, und du hast mit Dennis Schröder ein paar Filme rausgebracht, oder nicht? Ja, der hat mich privat angeschrieben und wir sind jetzt einfach so befreundet. Arnold Schwarzenegger habe ich getroffen, so halb Sportsman. Justin Bieber habe ich getroffen, ist nicht unbedingt Sportsman. Michael Jordan, das sind so Typen, da war ich auch da, wo der sein Haus hat in Miami und so. Letztens noch den Nico Rosberg mehrfach getroffen, der hat mich auch eingeladen in die Paddocksgasse. Und ich bin ja gestern aus Dubai gekommen und mein Kumpel, der ist irgendwie milliardenschwer aus Indien, der fährt so einen Tesla. Aber Jeremy kennt nicht noch viele Leute, er ist grundsätzlich auch der Beste. Der Größte und noch viel spannender, er ist sogar Bayern München und eine goldene Rolex. Ich bin Bayern München, ich bin die goldene Rolex. Viel spannender ist aber die Frage, ob er neben seinem Dasein als Fußballverein und Luxusur auch noch etwas anderes ist, nämlich rechts. Zumindest debattiert darüber gerade die ganze Nation. Jeremy, der ist ja bekannt für seine extremen Auftritte, für Grenzüberschreitungen und Videos, die so verrückt sind, dass sie nicht nur überraschen, sondern auch die Frage aufwerfen, ob Bresola, Schinken und Datteln das Einzige sind, was Daniel so konsumiert. Laut seiner Aussage ist das Teil seiner Strategie. Anecken, auffallen, herausstechen. Ja, du musst einfach krass sein, Alter. Likeable und edgy at the same time. Vor ein paar Tagen ist Jeremy allerdings durch ein neues Extrem aufgefallen, nämlich das Posieren mit Rechtsextremen. Bei einem Besuch bei Markus Baulig, auch eine ganz interessante Persönlichkeit, sagt Daniel, Ihr könnt mich nicht bumsen. Ob das andere überhaupt noch machen müssen oder er das selbst übernommen hat, schauen wir uns jetzt an. Daniel hat es geschafft. In den letzten Jahren ist er zu einer zugegebenermaßen schon immer fragwürdigen Koryphäe seiner Branche geworden. Er ist inzwischen gut vernetzt und hat Kontakt in die ganze Welt. Im Jahr 2021 wurde er vom pakistanischen Premierminister Imran Khan zu einem PR-Termin eingeladen. Auch im Königshaus der Vereinigten Arabischen Emirate ist er bekannt. Seine Silage erstreckt sich also weit über die Grenzen der Parfümszene hinaus. Sein Odeur verzaubert mittlerweile auch weite Teile des Mainstreams und mit überraschender Haltbarkeit. Aber genau wie Salt Bae könnte auch der Ruhm von Jeremy relativ schnell wieder vorbei sein. Dieses Wochenende posierte er nämlich mit gleich mehreren Rechten und bewarb deren Produkte in seiner Insta-Story. Und zwar auf der Veranstaltung des New York Young Republican Clubs, NYYRC. Der gilt als äußerst rechts und konservativ. Auf der Gästeliste finden sich unter anderem Trump und seine Make America Great Again Entourage. Und natürlich Daniel, der es diesmal nicht bei einarmigen Liegestützen belassen hat, sondern zusätzlich noch das ein oder andere Selfie mit Gästen der Veranstaltung postete. Und mit wem er sich da ablichten ließ und was er zusätzlich in die Kamera hielt, könnte man wohlwollend als problematisch bezeichnen. Konkret handelt es sich dabei nämlich um Trump-Fans. Vor allen Dingen aber vier Gestalten aus dem rechtspopulistischen bzw. rechtsextremen Spektrum Europas. Die sind uns teilweise schon mal hier begegnet, bzw. auf meinem Erstkanal. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Der erste ist Gerald Groß. Den verlinkt Daniel sogar selbst in seiner Story. Und dieser Herr ist nicht nur Autor und Kolumnist in Österreich, sondern war auch rechtspopulistischer Politiker ehemals bei der BZÖ und der FPÖ. Zusätzlich hat Herr Groß Bücher im ARIS-Verlag publiziert. Ein Verlag, in dem in der Regel Neurechteautoren ihre Bücher veröffentlichen lassen. Und der als rechtsextrem gilt. Und wenn es dann um knallharten Rechtsextremismus geht, muss man sich dann tatsächlich auch mal in Team Söder einordnen. Ein weiteres Zeichen, wie weit rechts man sich hier bewegt. Der bayerische Ministerpräsident ist nämlich im Februar dieses Jahres von Groß als Södolf und Corona-Autokrat bezeichnet worden. Darauf wurde er dann von Söder angezeigt und zu 36.000 Euro Strafe verklagt. Dass das keine gute Gesellschaft ist, hat Daniel im Nachgang auch erkannt. Meinte allerdings, er habe nicht gewusst, wer Groß sei. Fragt euch mal, ob ihr ihn kanntet. Wenn nicht, habt ihr die Antwort, ob das realistisch ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist natürlich ein Unglück, auf einer Veranstaltung von Rechtspopulisten und rechtsextrem ausgerechnet ein Foto mit der Person zu machen, die sich später als Rechtspopulist entpuppt. Dieses Unglück ist Daniel allerdings noch ein zweites Mal passiert. Diesmal allerdings direkt mit einem Rechtsextrem, nämlich mit Alexander Malienki Kleine, einem sächsischen Star der rechtsextremen Identitären Bewegung in Deutschland. Die sind ja seit 2014 Aushängeschild der Rechtsextremszene und haben ihren Schwerpunkt vor allen Dingen auf Jugendarbeit gelegt. Rechte Inhalte für Gen Z. Großes Kino. Und neben seinem Kanal Malienki war er am Format laut gedacht beteiligt, wo er aktuelle Ereignisse aus einer eher sehr rechten Sicht kommentiert hat. Also zumindest bis zur Löschung wegen Verstoßes gegen YouTube-Richtlinien. Aber auch außerhalb von YouTube hat es Kleine nicht so sehr mit Regeln, wurde schon verhaftet wegen Tragens einer Stasi-Uniform und Leiten einer nicht genehmigten Demo. Und den Sticker, den Daniel da grinsen, die die Kamera hält, ist übrigens von Tannwald Media UG und gehört dem Malienki selbst. Also falls ihr euch fragt, was Malienki bedeutet, das heißt klein auf Russisch. Also da merkt man auch, wo die Allianzen so liegen, ja? Frei nach dem Motto, immer der Nase nach, wollte Daniel dann den Weg des Pechs nicht verlassen und ist auch bei Person Nummer 3 wieder ins Braune getreten, nämlich mit David Bendels. Und wer meine Videos zur AfD kennt, der kennt auch den Bendels schon sehr gut, denn der war Verbindung zwischen der AfD, Milliardär Fink und der Goal AG und damit gleich von mindestens zwei Milliardären, die die AfD mutmaßlich erschaffen haben, ein ganz, ganz toller Bro. Der Typ führt echt ein spannendes Leben im Netz der Mächtigen, um mich mal aus meinem Video selbst zu zitieren. 2016 hat er den Verein zur Haltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheit gegründet, den gibt es allerdings mittlerweile nicht mehr. Und gemeinsam mit diesem Verein, dessen Name nur aus starken Buzzwords besteht, hat Bendel die AfD in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin mit Millionen unterstützt. Wie gesagt, diese Verbindung mit diesen Milliardären. 2017 gründete er dann als Chefredakteur den Deutschlandkurier. Und wie der Name schon erahnen lässt, ist das schon relativ AfD-nah, könnte man sagen. So nah, dass deren Nutzung die AfD aufgrund von illegaler Parteifinanzierung sogar ziemlich viel Geld kostete. Und so langsam könnte man ein Muster erkennen. Und was glaubt ihr Leute, auch der vierte Post wird nicht besser. Und da finden wir eine andere uns bereits bekannte Persönlichkeit, nämlich Maximilian Krah, AfD-Mitglied seit November 2016 und AfD-Spitzenabgeordneter fürs EU-Parlament und stellvertretender Vorsitzender der AfD Sachsen. Also das ist jetzt wirklich eine Person, die man kennen könnte. Wir haben ja auch schon mal über ihn gesprochen. Und nebenbei bemerkt, ist er ja mit diesem Post hier auch TikTok-Star geworden. Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind recht. Fragrance und Krah, die beiden TikTok-Stars untereinander. Und für den Fall, dass Daniel auch bei ihm nicht wusste, wer das ist. Das Bundesamt für Verfassungsschutz weiß ziemlich genau, wer das ist und was er so treibt. Die haben neben anderen auch Krah in einem Gutachten als völkisch-nationalistisch-fremden- und islamfeindlich- sowie verfassungsfeindlich eingestuft. Ja, bei den anderen kann man sagen, keine Ahnung, wer die sind. Aber bei Krah fängt die Ausrede, ich wusste nicht, wer das ist, so ein bisschen an zu bröckeln. Da kommen schon ein paar Zufälle zusammen. Wenn man sich jetzt aber das mediale Echo anschaut, dann ist das deutlich drastischer als das, was ich jetzt hier gesagt habe. Im Internet werden die Storys dann so tituliert. Nach Müllermilch bekennt sich nun anscheinend auch Jeremy Fragrance zur deutschen Rechten, die Brandmauer bröckelt. Wann kommt das Selfie mit Alice Weidel? So weit, so normal und natürlich passiert dann auch, was immer passiert. AfD-Anhänger sind nicht weit und vereinnahmen diese Bilder als Sieg für ihre Partei und den politischen Wandel, vor allem den vermeintlichen Neuzugang. Der Abend hat nicht nur für viel Gespräch gesorgt, er ist auch relativ teuer geworden für Jeremy. Stand jetzt haben bereits Sky, Aldi Nord und der Heel Verlag sich distanziert bzw. die Zusammenarbeit beendet. Wie das jetzt noch weitergeht, ist nicht abzusehen. Allerdings wird deutlich, welche Wellen das Ganze wirklich instant geschlagen hat. Selbst Anonymous Deutschland hat aufgefordert, ihm zu entfolgen. Betrachtet man mal nüchtern die Reaktion auf Daniels Posts vom Wochenende, dann gewinnt man den Eindruck, es herrscht Überraschung darüber. Wieso überhaupt? Weil man ihn lange schlicht für irre, aber ungefährlich gehalten hat? Da hat man einfach lange nicht genau hingeschaut oder im schlimmsten Fall mal den Kopf geschüttelt. Hier finden sich diverse kleine und große Delikte, die man allerdings von vielen anderen Influencern schon kennt. Ein Besuch in Pakistan, wo man ganz nebenbei mal eben einen Staat legitimiert, der Taliban-Anführer ausbildet und als instabil eingeordnet wird. Tja Leute, das ist, was Jeremy als geschäftlich versteht. Schon sad. Wisst ihr, was ich als geschäftlich verstehe? Was in der Kulturszene mit eigenen Händen aufbauen. Und zwar mein Mittelalter-Spektakel und Festival Sternklang. Das findet jetzt zum vierten Mal statt. Und wenn du für nächstes Jahr im Juni noch ein Frühbucherticket haben willst, dann musst du jetzt bestellen. Also ich denke mal, ich schaffe dir das noch bis zum 21.12. so zu schicken, dass du es dann zu Weihnachten unter den Baum legen kannst. Bis zum 23.12. läuft unsere Aktion, dann ist es aber vorbei, dann gibt es keine Frühbuchertickets mehr. Reicht auch langsam. Und glaub mir, das lohnt sich. So sieht das nämlich aus. Reicht auch langsam. Reicht auch langsam. Reicht auch langsam. Bis zum nächsten Mal. 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 Armempfang, was man daran sieht, wie sie ihn schon jetzt verteidigen. Jeremy Fragrance hat mit AfD-nahen Personen Bilder gemacht und er wurde jetzt gecancelt von Sky. Große Teile seiner Existenz werden jetzt angegriffen. Leben wir eigentlich in einer Demokratie oder in einer Diktatur? Ja, ich sag ja, die unheilige Allianz. Das war derselbe Typ, der bei Leroy Will's Wissen Falschaussagen über Transmenschen verbreitet hat. Dass wir konservativen oder gläubigen Menschen den Eindruck vermittelt haben, dass sie in dieser Gesellschaft immer weiter an den Rand gedrängt werden, ist einer der Gründe, warum sich die politische Lage gerade so stark über den demokratischen Rand nach rechts außen neigt. Und was um Jeremy Fragrance passiert ist, beleuchtet dieses Problem von beiden Seiten. Zum einen die Allianzen, die das geschaffen hat und dadurch die sofortige Verurteilung von ihm als Grund für diese Randständigkeit. Es ist langsam eine Art von Perpetuum Mobile geworden. Aber Leute, ganz ehrlich, ich hab die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Vielleicht versuche ich jetzt hier auch positivere Dinge in Jeremy Fragrance zu sehen, als da zu finden ist. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bewertet gerne das Video. Wir sehen uns. Bis dann, ne Tschüssikowski.